Musik Der gemeinnützige Verein Metropol Solar Rhein-Neckar hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung zu 100% erneuerbaren Energien voranzubringen. Gegründet im Jahr 2006 mit rund 30 Mitgliedern, bündelt und unterstützt der Verein heute das Engagement von rund 300 direkten Mitgliedern, die sich für eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien in der Metropolregion Rhein-Neckar, dem Kreis Karlsruhe und darüber hinaus einsetzen. Von der neutralen Informations- und Kommunikationsarbeit des Netzwerks profitieren Einzelpersonen, Unternehmen und Kommunen, wirtschaftlich und parteipolitisch unabhängig. Eine besondere Rolle in der täglichen Arbeit von Metropol Solar spielen dabei Aktivitäten in den sozialen Netzwerken sowie der Betrieb einer wachsenden Zahl von Internetportalen. Im Rahmen des MPS Energieinstituts werden zudem Beratungsdienstleistungen für öffentliche und private Auftraggeber angeboten. Der Verein schafft mit den MPS Energiegesprächen, Strategieworkshops sowie den Voller Energiekonferenzen Gelegenheiten für den fachlichen Austausch und die persönliche Vernetzung der Beteiligten. Lokale und regionale Akteure, die als wesentliche Motoren einer dezentralen und sozial gerechten Energiewende in Deutschland gelten, werden durch die tägliche Informations- und Netzwerkarbeit von Metropol Solar bei der Entwicklung ihrer Ideen und Projekte kompetent unterstützt. Die regionale Dachorganisation schlägt dabei nicht nur eine Brücke zwischen drei Bundesländern, sondern stellt einen wichtigen Knotenpunkt in der bundesweiten Landschaft der Akteure für 100% erneuerbare Energien dar. Wir gratulieren Metropol Solar Rhein-Neckar e.V. zum Deutschen Solarpreis 2015.